weiter ich bin jetzt wieder mein Ghetto hier mein Streitungsstück, aber hier sind kein Weibteil. Wo sind die Weiber hier? Hier ist der Strick. Oh, das ist einer. Wie heißt du? Musstest du nicht arbeiten? Nein, hast du frei? Du Geld hast eingenommen. 50? Ja, okay. Tito. Hey, was ist das? Hey! Hey! Alki, wo bist du? Hey, aufstehen hier! Bist du dumm oder was? Aufstehen! Aufstehen! Was machst du hier? Bist du besoffen? Sicher bist du besoffen? Du bist besoffen, Mann! Was machst du in meinem Bezirk? Lass mich doch mal vor! Ey, ich schwimme nicht, ich will jucke! Ja, das passiert mich nicht! Ich... Scheiße! Was machst du doch nicht? Boah! Ey! Ey, holst du dir für 10 Euro einen Sonntag? 10 zu wenig! 20? 20? Okay! Ey! Geh mal zu deinem Felder! Ja, okay! Nicht! Na, okay, dann bezahle ich dich! Ja, okay! Ey, ich kenn dich doch! Gar nicht! Ja, sicher! Ey, ich kenn dich! Du hast mein Haus mit allen abgeworfen! Gar nicht! So was mach ich gar nicht! Ja, sicher machst du das, ey! Gar nicht! Ey! Gar nicht! Du hast mein Haus abgeworfen! Du hast mein Haus abgeworfen! Du hast mein Haus abgeworfen! Dann nimm ihn doch mal in Ruhe! Ich klinge dich! Du Halt geh! Du Halt gehol! Du Scheiße! Ich schlack dir in die Füße! Ich schlack dir in die Füße! Bleib stehen, ey! Holst du dir jetzt, wie zählen wir uns runter? 15! 15? Ja! Okay, hier! Kriegst du das Geld auf die Hand! Komm! Hier, mach! Kamera weg! Ich mach Pause, okay? Ja! Ey, Alter! Bist du ein Proton oder was, Mann? Wieso lang dauert es mit dir so lang und du bist fertig? Nein! Sicher bist du weg? Guck mal in deinen Hand an! Du hast dich angewixt! Nein! Leg das auf! Klo, ey! Ey! Ich hör mal den Jungs zusammen! Hey! Jungs! Zusammenschlagen! Komm! Hey, Junge! Alter! Ich schlack dir die Füße ein, du Pasta! Ich schlack dir die Füße ein, du Pasta! Ich schlack dir die Füße! Hör mich vor! 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 Alter, wieso? Alter! Jetzt ist das dein Untergang! Nein! 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 Hör mich vor! Jetzt! Scheiße, Mann! Ich habe ihn gedötet! Ey! 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 Scheiße, der ist tot! ist es ja 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 Das ist doch ein paar Jahre alt.